Späte Transfer-Offensive? Zur Bundesliga-Saison 2019-2020 haben einige Vereine bereits tief in die Tasche gegriffen. Das sind die Top-Transfers der Bundesligisten. Quelle, t-online.de Nach der Leie von Ivan Perisic scheint Bayern auf dem Transfermarkt nun richtig loszulegen. Nächstes Ziel, Philippe Guttinho. Das bestätigte der FC Barcelona. Und auch ein Gladbacher rückt angeblich in den Fokus. Nach dem wochenlangen Transfer-Stau scheint es beim FC Bayern Bewegung in puncto Neuzugänge zu geben. Nach der Leie von Wissi-Weltmeister Ivan Perisic bemühen sich die Münchner wohl auch um den Brasilianer Philippe Guttinho vom FC Barcelona. Gegenüber der Süddeutschen Zeitung bestätigte ein Klubsprecher der Katalanen nun offiziell ein Interesse des deutschen Rekordmeisters. Es gibt Interesse von Seiten der Bayern, aber keine Einigung, erklärte der Sprecher auch gegenüber dem Sportportal Sparks. Möglicher Neuzugang, der FC Bayern hat sich laut dem FC Barcelona nach Philippe Guttinho erkundigt. Quelle, Imago Images Zuvor hatte die bei Barca Transfers gemeinhin gut informierte katalanische Sportzeitung El Mundo Deportivo berichtet, dass die Münchner am Dienstag ein erstes Angebot für Guttinho abgegeben hätten. Dabei sei es um eine zweijährige Leih mit anschließender freiwilliger Kaufoption gegangen. Barcelona habe allerdings abgelehnt. Der in Ria geborene Guttinho war im Januar Winter 2018 vom FC Liverpool nach Spanien gewechselt, und zwar für die Klub-interne Rekordablösesumme von 145 Millionen Euro. Die damit verbundenen hohen Erwartungen konnte er allerdings nur selten erfüllen. In der Vorsaison kam der 55-fache brasilienische Nationalspieler auf 54 Pflichtspielansätze. Dabei erreichte Guttinho mit elf Toren und fünf Vorlagen eher durchschnittliche Werte. Neben Guttinho wurde im Zusammenhang mit einem Wechsel zu Bayern zuletzt ein weiterer Name genannt, Mikkel Kuisance. Nach einem Bericht der Bild-Zeitung habe der Rekordmeister den 19-jährigen von Borussia Mönchengladbach angeblich ins Visier genommen. Der Wahrheitsgehalt scheint allerdings fragwürdig zu sein. Gehört habe ich auch davon, aber ein Angebot gab es bislang nicht, sagte Galdbach-Manager Max Ebel gegenüber der Rheinischen Post. Guisance hat beim Bundesligisten vom Niederrhein noch einen Vertrag bis Juni 2023. Trotz einer starken Vorbereitung verzichtete Trainer Marco Rose beim 1-Doppelpunkt-0 im ersten Saisonspiel im Pokal in Sandhausen auf Guisance. Ebel äußerte Verwunderung über das jüngste Verhalten des französischen Nachwuchsfußballers. Wir führen seit vielen Wochen Gespräche mit dem Spieler und seinem Management. Es ist überraschend für mich, dass die Unzufriedenheit so groß ist bei einem 19-Jährigen, dass er eine Stammplatzgarantie fordert, die kein Spieler bei uns hat. Mal sehen, wo die Reise hinführt.